Herzlich Willkommen! In diesem kurzen Video erklären wir das neue GIGA TV. Das Hauptmenü ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Home ist der Ausgangspunkt und Ihre individuelle Startseite. Hier finden Sie Inhalte aus allen Kategorien auf einen Blick und erreichen direkt die wichtigsten Funktionen. Mit der Pfeiltaste nach unten sehen Sie Ihre persönlichen Empfehlungen aus dem laufenden Programm und vieles mehr. Der TV Guide zeigt Ihnen den Überblick über alle laufenden Sendungen und die Programmvorschau der nächsten 14 Tage. Mit nur einem Knopfdruck auf die Aufnahmetaste können Sie hier einzelne Sendungen oder ganze Serien aufnehmen. Was Sie aufgenommen haben, finden Sie unter Aufnahmen ganz leicht wieder. Insgesamt steht Ihnen eine Speicherkapazität von über 600 Stunden zur Verfügung. Die Videothek bietet tausende Filme auf Abruf, von Klassikern bis zu aktuellen Blockbustern. Auf Streamingdienste können Sie von hier direkt starten. Sie haben einen Film oder Ihre Lieblingsserie verpasst? Schauen Sie einfach in die Mediatheken. Hier finden Sie die Inhalte der letzten 14 Tage von bis zu 60 Sendern. Die Suche hilft Ihnen dabei, alle verfügbaren Inhalte nach Stichworten zu durchsuchen. So entdecken Sie zum Beispiel ganz schnell Filme mit Ihrem Lieblingsschauspieler. In den Einstellungen können Sie die Senderliste nach Ihren Wünschen anpassen, die Jugendschutzeinstellungen ändern und vieles mehr. Unser Tipp? Ändern Sie direkt im Anschluss Ihre Jugendschutz-PIN, um sie sich einfacher merken zu können. Sie finden Ihre aktuelle Jugendschutz-PIN in Ihren Vertragsunterlagen. Die GIGA-TV-App ist ohne Aufpreis in Ihrem TV-Paket inklusive. Damit sehen Sie Live-TV, die Mediatheken und viele weitere Inhalte auch mobil und können sogar Aufnahmen von unterwegs programmieren. Schauen Sie einfach in den Android Play Store oder in den Apple App Store. Weitere Antworten und Tipps bekommen Sie auf vodafone.de slash giga-tv minus Hilfe. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit GIGA-TV.